Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Es ist heute die Zeit, dass ich jetzt teste, nachdem ich mit dem Starter-Sets von mir hier alles austrainiert habe, dass ich jetzt eine Runde spiele mit den Bällen, so wie ich Stand jetzt der Meinung bin, wie ich es im Turnier spielen würde. Das heißt, Teil meines alten Setups quasi, Teil meines neuen Setups. Wir fangen direkt an. Lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Video liken, Kommentar da lassen. In diesem Sinne, wir fangen an. Bisschen hier Restsäuberung, weil der Schalker das unordentlich macht. Keine Reaktion. Na gut. Null. Bahn 1. Beginnen wir direkt mit einem neuen Ball. Und zwar mit Mike. Der lief super gut. Heute ist natürlich temperaturtechnisch wieder anders. Letztes Mal, es waren 25 Grad strahlender Sonnenschein. Ich hatte nur T-Shirt, kurze Hose an. Jetzt habe ich hier T-Shirt, dicken Pulli und noch eine Jacke drüber. Ja, der läuft wirklich, wirklich, wirklich gut. Okay, gehen wir direkt an Bahn 2. Bahn 2 ist so ein Ding, wo ich nicht sicher bin. Der war aus dem Starter-Set. Der lief super. Den spiele ich aber seit Jahren hier. Aber die sind, das ist wirklich fast der gleiche Ball. Der ist ein Tacken weicher. Die sind gleich schwer. Ich glaube, da ist der selbe Ball. Ich glaube, da ist der selbe Rohling drunter. Da macht es keinen Unterschied. Dann nehme ich aus Prinzip den aus dem Starter-Set. Das ist Deutsche Meisterschaften 2016 Wanne Eicke. So, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das Ziel ist logischerweise jetzt grün. Aber auch nicht Kante 24, sondern jetzt will ich eigentlich schon, ich muss noch sauber machen, eigentlich schon irgendwie so Richtung 22, 21, 20. Dadurch, dass die Temperaturen so komisch sind, wird das natürlich schwer. Also das mit dem Regen jetzt, guck mal, das ist Sonne und er tropft. Das ist doch wirklich, also was ist das für ein, ja, wirklich Aprilwetter. So. Okay, der ist schön. Ich stehe null. Wir gehen an den Mittelhügel. Mittelhügel. Hier spiele ich den Augenball einfach weiter. Der kriegt nochmal eine Chance. Die Frage, ob er jetzt gleich am Tello, am Tello, Lacho, ob der am Tello gleich noch eine Chance kriegt oder nicht. Das sehen wir dann. Mittelhügel kann er auf jeden Fall noch. So, wir gehen an den Töter. Da spiele ich auf jeden Fall den neuen Ball. Der lief sogar noch geiler, glaube ich, als der alte. Das ist der neue Karin Heschel und der alte Mace Bowman. Die fühlen sich auch so gleich an, sind auch... Die sind gleich schwer. Was ist das denn? An Bahn 2 entscheide ich mich quasi neu für einen Ball, der absolut exakt gleich ist. So, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich spiele den, aber danach spiele ich auch einmal den. Das ist eine gezählte Runde. Ich gehe hier jetzt kein Risiko rein. Jeder Spieler ist für die Sauberkeit seiner Bahn selbst verantwortlich. So ist es. Von Vita-Welt. Oh, 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 oh. Sehr schön. Ich mache jetzt denselben Schlag mit dem Ball exakt. Denselben Schlag. Der muss ja dann auch exakt so laufen. Das ist ja quasi derselbe Ball. Das ist wirklich wahr. Oh, ja, gut, dass ich den anderen Ball gerade gespielt habe. Ah, rollt noch. Ne, der bleibt liegen. Okay, so. Aber ich stehe weiterhin null. Wir gehen an die Passage und da nehmen wir natürlich den B6. Ah, durch die Temperatur. Jetzt wird das wieder anstrengend. Das kann ja nicht wahr sein. Schön gespielt. Rechts vorbei. So. Wenn er durch ist, ist er drin. So, hier bleibe ich auch beim Caddy M. Weil den habe ich so lang spiele ich den hier nie Probleme gehabt. Ich weiß genau, wie ich den spielen muss. Da gehen wir. Kein Risiko mit einem neuen Ball ein. So. Gehen wir an den Winkel. Oh, hier muss ich nochmal ganz doll wedeln. Hier bleibe ich aber auch beim alten Ball. Bei dem Bo 2. Da muss ich mich für den Temperaturen, wenn die anders sind, nicht an einen anderen Ball gewöhnen. Weil der Bo 1 als Abstufung so ab irgendwo ab 20, 25 Grad oder so ist der zu schnell für den Rücklauf und ich nehme den Bo 1. Der war ein bisschen feste, glaube ich. Oh, Vorlauf. Gott sei Dank. Netz. Und da nehme ich jetzt natürlich nicht den Ball, mit dem ich das letzte Mal verkackt habe aus dem Starter-Set. Da nehme ich ganz normal meinen alten Ball auch. E 25, glaube ich, ist das. Ich gucke es einmal mal nach für die Profis. E 25. Okay, let's go. Ich kenne den Ball. Alles gut. Ja, siehste. So nämlich. Okay. Auch kein neuer Ball. Also ein neuer Ball von mir, aber keiner aus dem Starter-Set. Dieser Ball war so gecheatet. Im Turnier hat er mich auch nur in einer Runde hat er mich fallen lassen. Fand ich sehr schön gespielt. Oh, links vorbei. Komm, mach den Rücklauf. Bitte. Bitte. Danke. So. Jetzt seht ihr, dass das erste Mal was klingeln ist, Freunde. Klingeln. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Alles muss man selber machen. W6. Komm. Ich weiß, was du kannst. Ich spiele dich sauber ein und dann will ich was sehen. So viel zu dem sauber einspielen, oder? Aber, seht ihr? Deswegen B6. Das war, hat man das gesehen? Der war, der war richtig scheiße gespielt. Der war viel zu doll. Alter. Kannst du mal, kannst du mal. Doppelwelle. Da haben wir einen fantastischen neuen Ball gefunden. Die Dorothea. Ob der jetzt bei den Temperaturen letztes Mal war es viel wärmer. Oh, ich habe ne Idee. Kurz probier ein bisschen warm zu machen. Das wird niemals reichen. Guck mal, wie tot der ist gerade. Oh, der kann was. Der kann was. Oh, der war nicht ganz perfekt, hat leicht am Loch gerissen, aber das war gut. Ich will noch einen, einfach für mein Gefühl. Ich habe diesen Schlag früher geliebt. Mit diesem Dormagen, der heute aber nicht mehr läuft. Und da kann ich euch jetzt auch wieder mal kurz was zwischendurch was komisches zeigen. so. Die sind so gleich. Aber schaut euch mal nebeneinander das Bandenverhalten an. Der kommt kaum. Lol. Hä? Verstehe ich nicht. Der lief einfach nie. bitte. Na gut, egal. Ich habe meinen Ass. Ich stehe null. Es wird die 18. Nein! Warum sage ich es? Niere. Hier kriegt der Augenball auf jeden Fall keine neue Chance. Weil ich das Gefühl von diesem Atos hier am Schläger einfach ganz doll gerne mag. Sieht gut aus. Geh nicht links. Geh nicht links. Oh. Oh. Der sah sehr links von mir aus aus. Fuck. Ich weiß nicht mehr, ob ich den von hier oder von hier spiele. Ich glaube aber von hier. Ne. Ne. Unten. Es muss unten gewesen sein. Kann der was? Ne. Kann der von da noch, von da kann er kullern. Ist jetzt natürlich nass geworden. Komm. Bitte. Oh mein Gott. Anschreien muss man ihn. So ist es. Wir sind hier was großem auf der Spur. Aber es kommt ja gleich der Teller. Ich lasse ihn aber heute nicht in meinen Kopf. Er ist schon in meinem Kopf. Ich habe über ihn gesprochen. Erst mal Sandkasten. Den kann man auch verhauen, wie man mitgekriegt hat. Erklärst du den Leuten, dass es die einfachste Bahn der Anlage ist? Nicht zu doll. Läuft. Okay, V. Bargo. Einer von den alten Bällen. Auch wieder nicht zu feste. Komm schon. Tempo ist gut. Richtung ist gut. Loch ist gut. Röhrchen. Mit dem Röhrchenball aus dem Starter-Set. Den habe ich wirklich lieben gelernt. Der ist super. Zu feste, glaube ich. Ach, scheiße. Ja, gut. Erster Fehler. Komm, wenigstens ne zwei. Zu rechts. Ne, reicht. Nicht. Bitte. Haha. Ist das krass. Aber hier hat cooler Chance. Komm, nimm nochmal Schwung. Nimm nochmal Schwung. Ja, ja, ja. Wenigstens ne zwei. Um Gottes Willen. Wenigstens das. Okay. Erste zwei. Das heißt, ich stehe eins. Jetzt kommt der Teller. Ich weiß nicht, welchen Ball ich nehmen soll. Klassik fünf oder Augenball. Das ist Prinzip-Sache. Also die sind wirklich auch. Ich zeige euch das einmal nochmal. Auch wieder gleich hart. Wiegen dasselbe. Und Achtung. Ja, okay. Ey, komm, ich nehm Klassik fünf. Augenball krieg ich keine Chance. Das ist die Re... Aua. Warum stolper ich so oft? Fühlt sich gut an. Ja. Warum nicht im Turnier so? An mir lag es nicht. Lach ja wohl eindeutig am Ball. Ich stehe eins. Nur noch Blitz. Wagner 37. Ich bin heute... Ich bin... Ich bin heute stärker im Kopf. Ich bin heute... Ich hab den Teller gerade geasst. Alles wird... Alles wird gut. Warum fängst du denn jetzt auch noch an? Ey, zwei Leute wollen wir hier knapp an die Wacke lahmen. Das ist ja... Hier, zeig die Scharlatane bitte einmal. Das ist... Eine Unverschämtheit. Ach komm! Vielleicht soll ich das mal versuchen. Ja, komm. Du hast ausgespielt. Ja, probier. Ja. Ach, das ist doch... Also, wirklich. Warum rede ich auch? Das war eben mit einem hoch. Jetzt war es in drei, ne? Ja. Ach, komm. Mann! Hier. Hier. Oh, das klappt. Okay. So geht das doch, oder? Vielen Dank. Musst du nicht irgendwo hin? Ja, du musstet mir das einmal nochmal zeigen. Mieße Katze. Oh, hallo. Mieße Katze. Also, ich hab plus drei, also 21. Das ist jetzt zwar das, was ich erreichen wollte grundsätzlich, aber das ist ja... Das war eine Unverschämtheit. Und die schaffen es auch noch. Das ist das Schlimme. Die schaffen es. In diesem Sinne... Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lasst einen lieben Kommentar da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in diesem Sinne. Hau da rein, aber hau da nicht so doll.